Jetzt geht es tatsächlich richtig, richtig los mit dem Qualifying. Wir werden jetzt starten auf hier unserer neuen Qualifying-Strecke. Und das ist unser 3.1-WOG erstmal, wo wir jetzt starten werden. Wir gucken uns mal die Startreihenfolge an. Wir werden gleich mit Griechenland starten. Lukas Kordales wird gleich als erstes ran hier. Dann Evelyn Bodecki für Polen, Evil Jared für die USA, Nathan Evans für Schottland und Julina Menin für die Türkei. Dann haben wir hier für Mallorca, Paul Janke, Schweiz, Luca Henni, Deutschland 2, Fabian Hambüchen, Irland, Joey Kelly natürlich und Deutschland 1, Manni, Ludolf. So, und der erste steht hier schon, Herr Kordales. Jawohl, am Start. Am Start, die Regeln sind bekannt. Draufspringen, Vollgas geben, wie zu Hause eigentlich. Wie zu Hause aufs Bett, einfach mal drauf. Ja, ich hoffe aber, da ist deine Frau im anderen. Ja, die schläft ja auf dem Sofa. So, also anlaufen, genau rauf auf die Matte und dann so weit, wie es geht. Und wer am schnellsten da hinten den Zielpunkt erreicht hat und beim Icke landet, der dich dann in Empfang nimmt, ja, der kriegt heute dann die beste Startzeit morgen, beziehungsweise morgen die beste Startzeit. Und da startet man nämlich hinten. Aber wie das ganz genau erklärt, das wird Icke, beziehungsweise auch der Ron, Ron Ringgut, unser Kommentator, auch gleich erklärt. Aber du bist bereit. Eigentlich schon. Okay, dann los auf unsere Slider-Mad. Also, auf geht's zu dieser noch jungen Sportart, Walk, Run, Jump, Sliding. Lukas Cordalis, der Erste. Anlaufen, Geschwindigkeit aufbauen, ein Steigerungslauf. Nach Möglichkeit mit der höchsten Geschwindigkeit draufspringen. Das macht er jetzt. Da ist er ziemlich gut unterwegs. Mal gucken, ob er es so schafft oder ob er noch ein paar Paddelschläge machen muss. Achtung, die Linie. Er ist drüber. Was ist das denn für eine Zeit? Das gibt's noch nicht. Das ist ein Weltrekord. Gleich beim Ersten ein Weltrekord. Junge, you did it. You did it. Nach den grüchischen Göntern, jetzt du. Weltrekord im Einer Mackenbott. Pass die Kamera, junger Mann. Wie fühlst du dich? Ich zeust dich dir durch. Wahnsinn. Größter Erfolg seit Nieke, Lukas Cordalis. Ich bin richtig froh, richtig froh. Seid ihr sprachlos da hinten, oder? Weltrekord. Wir müssen uns das noch einmal anschauen hier. Ein Grieche holt sich den Weltrekord hier in dieser noch jungen Sportart. Im Fogrun Jump Sliding. Da hat wirklich alles gepasst. Der Sprung, lange in der Luft gewesen. Die Energie mit auf den Schlitten gebracht. Und dann diese Wahnsinnszeit. Ja, also. Weltrekord. Das gilt es jetzt zu schlagen. Ich hab genau die Zeit nicht mehr. Irgendwas mit sieben Sekunden, glaube ich. Evelyn Bodecki ist jetzt dran. Hallo. Das gilt es jetzt zu schlagen. Ich versuch mein Bestes. Ich glaube, viel Anlauf ist wichtig. Die Sprungkraft und natürlich auch das Treffen. Dass man auch wirklich auf diesem Klissen landet und nicht auf dem Eis. Das ist das Allerwichtigste. Das wäre ganz blöd, wenn du daneben springen würdest. Auch, weil ich hier keinen Schutz habe. Das könnte auch wirklich nicht gut enden. Deswegen auf jeden Fall Treffen und nicht drüber springen. Dafür hat man auch immer ein bisschen Panik. Wenn man dann zu viel rennt und denkt, man wäre irgendwie Sailor Moon oder Spider-Man, dass man auf einmal drüber fällt und nicht auf dem Kissen. Ja, Spider-Man auf unserer Slider-Math. Ich bin gespannt. 7,21 gilt es zu schlagen. Evelyn, bitte schön. Vielleicht sehen wir einen neuen Weltrekord. Ich bin gespannt. Du darfst gerne anfangen. Das wird außerordentlich schwer für Evelyn Bordecki. Denn das sah wirklich extrem athletisch geradeaus. Aber trotzdem, gute Leistung ist erst mal wichtig. Springt dort drauf. Ja, und jetzt muss sie zusehen, dort zu paddeln. Denn sie ist eher so von oben draufgefallen auf die Matte. Und sie macht das aber ganz gut. Kommt vorwärts. Also die Bestzeit ist hin. Aber wer weiß, wofür es gut ist. Denn die Startrennenfolge ist entscheidend. Wir sagen es ja immer. Diese Vox, die holen ja nicht so viel das Gute vom Eis. Sondern eigentlich wird die Bahn immer nach hinten schneller. Weil es eben noch kälter wird. Und deswegen will man da eben ganz am schnellsten sein. Und hinten starten. Und was macht sie jetzt? Ja, sie muss jetzt schieben. Die Nase hat geknackst. Die Nase hat geknackst. Dann schieb den Vox an. So wird das nichts. Und dann wird der Arzt sofort da sein. Und schauen, was mit der Nase los ist. Schieb den Vox. Sie hört uns nicht. Schieb los. Einfach über die Linie. Das sind da bloß noch ein, zwei Meter vielleicht. Also runtergehen, schieben. Sie probiert es mit den Händen. Und dafür sind die Arme einfach zu kurz. Wir sehen zuerst einen Weltrekord. Und dann sehen wir hier Evelyn Bodecki. Und Icke gibt den entscheidenden Hinweis. Dass man vielleicht auch absteigen und schieben kann. Evil Jared kommt jetzt. So, da drücken wir mal alle Augen zu. 75,41 Sekunden für Evelyn Bodecki. Jetzt gucken wir noch mal gleich genau hin. Icke wird sie sich natürlich schnappen. Aber was ist genau passiert? Wir achten mal auf die Nase. Da kommt sie sehr von oben. Oh ja, der Einschlag auf die Matte. Sie sagt es noch. Sie sagt, da ist nichts bei mir vor dem Gesicht. Also kein Schutz, keine Face Mask. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie da noch in den nächsten Nächten aufwacht und von diesem Treffer hier träumen wird. Du hast es gehört, ne? Das Knacksen. Ich habe es selber gehört. Ja, wie geht es denn? Ja, also die ist auf jeden Fall. Ich traue mich gar nicht richtig anzufassen. Ist okay. Lass ich mal lieber den Arzt gleich machen. Auf jeden Fall hat es richtig, richtig geknackst. Ich bin, glaube ich, genau als erstes auf meine Nase gefallen. Kann das sein? Bist du. Aber du hast es durch Zielgeschaft jetzt mal ab ins Medical Tent und dann schauen wir mal, dass es besser wird. Ja, besser. Ja, also der schönste Satz schon mal. Habt ihr es gehört? Ich habe es selber gehört. Ich meine, klar, sie ist ja auch mitten dabei gewesen. Jetzt Evil Jared hier. Team USA. Wie geht's? Mir geht es sehr gut. Ja? Ich glaube, du hast genau die richtige Masse und Größe auch, um hier jetzt eventuell Lukas Cordalis die Zeit zu schlagen. Ja, hope and luck, hope and luck. Dann mal los. Okay. Also, er bringt natürlich mehr Masse mit. Und die muss jetzt den richtigen Vektor haben, wenn er dort diesen Mattenwok trifft. Nach Möglichkeit nach vorn. Wir haben es ja gesehen, das Problem bei Evelyn. Sie kam von oben runtergefallen. Und wir schauen hin. Oh, das sah extrem gut aus. Dieser Impuls, der dort ankam. Jetzt muss er ein bisschen wirbeln mit den Händen. Und 7,06. Das ist der Wahnsinn. Ein neuer Weltrekord. Schon wieder ein neuer Weltrekord. Der zweite beim dritten Schlitten. Evil Jared. You did it, Junge. You did it. Neuer Weltrekord. USA is the rock, baby. Und das muss man jetzt natürlich auch auskosten, dieses Feuerwerk. Dann lässt er sich feiern. Und das völlig zu Recht. Ein neuer Weltrekord. Wir gucken noch einmal. Also hohe Geschwindigkeit. Und dann wirklich sehr gut getroffen. Ja, auch mit der Nase leicht drauf, aber er fängt es mit der Hand ab. Und er weiß hier vielleicht in diesem Augenblick schon, dass das reicht. Dass da alles gestimmt hat. Der beidbeinige Absprung. Das soll der Beste sein. Und der brachte diesen neuen Weltrekord. Das soll der Beste sein.